Ich zeige euch heute mein Duo für FNCS, denn FNCS startet am Freitag schon. Das Ganze werde ich natürlich auch wieder live streamen, das heißt also, falls das Video am Freitag kommt, dann heute 19 Uhr gehen wir live und spielen FNCS die allererste Runde. Und falls wir es unter die Top 2000 Duos schaffen sollten, sind wir in Runde 2 und das geht am Samstag um 15 Uhr los. Da werden wir dann natürlich auch wieder live. Ich werde zusammen mit Lame spielen. Und heute in diesem Video zeige ich euch ein paar Turnierrunden von uns aus dem Duo Cash Cup oder vielleicht aus dem Performance Cup. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich hier alles reinschneiden werde. Und falls ihr noch neu seid und die nächsten Videos nicht verpassen wollt und vor allem auch FNCS nicht verpassen wollt, unbedingt jetzt nochmal direkt den Kanal abonnieren. Und zum Schluss natürlich auch nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mal Creator Code Ropnik im Shop benutzt. Also denkt gerne daran, das nächste Mal, wenn ihr vordert, startet, einfach in den Item Shop gehen und dann nochmal Creator Code Ropnik eintragen. Egal, ob ihr euch da zum Beispiel Skins holen wollt, irgendwelche Autos, Lego-Sachen, Musik oder sonst was oder auch einfach gar nichts, gerne Creator Code Ropnik eintragen. Aber jetzt habe ich mehr oder so genug geredet, wir fangen mit dem Video. Also, viel Spaß. In der Ecke bei mir? Ja, das ist ein Grafett verloren. Drinne, unten drinnen. 140? Neh, 40, ne? Was ist das bei dir los? Äh, hat man es kennt, der Ball. 20? Genau, komplett ab. 60? Ich habe kein Umfeld anderes. Hab mein, hab mein. Weil es überall direkt über dir. Ja. Ja. Ich muss alles nachladen. Ich kann euch gar nicht verhalten. 20? 20 nochmal. Oh? Direkte der Formel, Catwoman Skinner. Komplett low. Haut um die ganzen Map ab. Nein, mein Video wurde abgebrochen. Ja, das ist ein anderer bei mir, das ist auch wild. Ah, ist gut, ich komme. Der ist ja komplett verloren, was? Mach direkt im Bot. Äh, hinter mir ist mein Mann, hinter mir ist direkt bei mir. Ich gehe in den zweiten. Mach. 100? Ich komme. Er war gelogen, war 20. Den Reihe auf Pump. Ah, auf einen 100. Der andere über mir. Ich gehe runter. Direkt. Das ist ganz right. Die anderen werden eh alle heiden jetzt. Aber wenn wir Underworld keenen, weil die Medaillons müssen weg. Aber wie sind das die? Weil du glaubst, die sind wirklich in Underworld noch drunter. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, sind die auch. Sind die auch. 60 rein. 60, 100. Er oben 60. Ja, sein Mate ist 120. Ich kann es aber rein komplett. Digga, der macht das. 100, dead. 60, right auf den Händen, der weg ist, dead. Ist der ja wirklich einfach mit den Flügeln wegfliegen, würde das krank. 120, fine. Der ist komplett low, fight low. Der wäre von meinem Team. Der ist komplett low, wieder. Digga. Hab einen. 100. Ne, 20 nur fight. Ja, was für 100. Komm mal dahin gehittet. Dieser Dash-Effekt muss aufhören. Ja, ja. Und dann Dash hoch, gell? Ja, ich mach. Ich mich über den, ich bin über den. Robin. Anderes Team-Sches von der Seite. Robin, wie kann man so abfragen? Robin, 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 Robin in der Box. Robin in der Box. Ich hab wieder von anderen Seite getaggt. Ich fasse es nicht. ja ich kann zu dir kommen ich habe meinen 100 gegeben aber ich gehe weg kommt zurück dass die feiten die so schlecht und mir direkt 110 oder 20 auf dem oben ich habe kein dash mehr bro was das ist auch man das hat ein bisschen gekriegt oder zählen gesnipet über die ja das schlecht das mal kurz das mal kurz drucken oder so und ich gehe kurz kann man so brutal abwarten aber schlecht mein noch zwei stück auf den auf den den das andere ist insohn oder insohn kommen auf die kommen auf die links rechts in der ecke das war ein cooler fight doch doch da oben läuft auch ein er fast kommt nämlich mit erde gar das kannst du keinem erzählen die job nicht auf die schmerz bei das alles gut Ich hab den halt auch zweimal gepumpt, ich weiß nicht, der kann nicht voll sein, also nicht viel. Was? Wo ist dein Mate? Warum macht er die ganze Zeit nichts? Der ist gestorben, mein Sohn gerade bei mir, wie schlecht. Der hat sich versteckt, der ist gestorben, ich brauche die Münzelechner von dir. Über den, über den. Komm einfach in den Saun. Mach ich gerne. Komm, machst du mir nicht für mich? Du musst einfach mit der Heschen, glaube ich. Ich muss halt da in die Ehrenrichtung, ne? Dead, 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 hätte ich Zeit. Einer dead. Nice. Noch einer one-hit bei mir. Nice. Ich fährt einfach. Ich müsste ihn gleich haben. Ich muss den Saun. Mach das. Ist du safe? Ja, ja. Ich muss ein bisschen overbuilden, aber alles gut. Komm mal runter zu mir, hier ist ein Sohn bei mir. Komm runter zu mir. Hier. Komm hier, komm hier, komm hier. Geh da hin. Ich bin mit der Wachse. Warte kurz, Moment. Ich hebe mich. Das ist ein Duo, das ist ein Duo sogar. Ja, bei mir ist das so. Du kommst da hoch, lass den einfach raus. Ja, ich komm noch. Ich komm noch. Bro. Ich muss hier drauf hin. Kann für den Saun gehen? Du musst in Saun gehen. Du musst in Saun gehen. ali. Dann komm. Dann komm. Komm. Ich vieh da hin. Ich nehm. Ich brauch nicht. Scheiße. Nochmal da sind die letzten проDaус. surah kann. Der schon raus. Dauert. Die letzte. da ist der letzte habe jetzt gute runde zu tragen waren es so viele oder 120 ob seine mail kommt da hinten gerade eine richtung was machte er landet über mir ja das ist allein hier gerade scheiß auf den scheiß auf den ja ok der main ist da hinten irgendwo das ist mein das ist mein ich drück es rein ich drück es rein über ganz dings ich bin 1pump ich bin 1pump ich bin 1pump ich bin 1pump hier kommt er ist hier vorne bei dir direkt nehmen uns von rechts ich habe auch nur 180 schulz ich halte ich halte 150 150 einfach hol ich mit geh hoch geh hoch dahinter ist ein gegner bei dir bei mir in der box drin ist der guckt auf mich die ganze zeit noch kannst du wissen warte ich bekomme zu viele tics nehm die banane nehm die banane ja vollbild was ich hab fünf bildes noch jetzt mach es 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 ich hab zwei wände noch warte ich bin ganz ich bleibe hier oder wir müssen sowieso hochdächtchen oder so ich hab keine pappel egal ich mach jetzt weiß ich werde jetzt noch einer ich hab gar nichts nichts ja ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab abgebrochen aber ja doch diesen tod zweiter hat er auf heilt ist gewonnen ja ok ok ja ok ok ich hab mich dort weiß weißt wo der andere ist andere seite oder bei mir ich sehs der hat ne pump einer p 1002 140 aber ein ich hab zwei sind da runter gedoppt ich hab das noch andere 100 auf einen ich bin in der box ich bin raus ich bin raus ich bin da ich bin da ich bin da hinten weg zu dir ist ok ja ja aber diese leute ist überall leute überall äh kommst du mir kommst du mir kommst du mir aber ich lockt bei mir kannst du freibst du hin ich hab den coin ja mach sonst nur ja keine charles mehr der steht da oben deshalb immer noch weiter die laufen uns hinterher die laufen uns hinterher ich glaub die wollen uns wirklich ja wir müssen die fighten rein wir haben sniper und auf den und auf den der mit es blieb 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 es ist Du bist der Beste, reboot schon hier. Ja wie doll der auf die Müde gegeiert hat, hast du gesehen. Wer das? Den mir in der Box. Weg. Einer bis zu von? Das war das von. Geh hoch einfach. Geh hoch einfach. Geh bei ihm. Geh bei ihm. Geh bei oben. Ja, bitte. Bleib hier, bleib hier. Ich geb mir den Coin wieder. Blasch Coin wenn du was da uses. Komm mit. Die hauen ab. Alles gut. Die hauen ab. Alles gut. Brauch. ich habe weiter weiter ein api da unten dann ist das ja egal jetzt machen wir sowieso nicht trefft nichts jetzt und hier ist besser das kräftige in kräftiger und wird los sind 20 ich brauche es weit ich habe nur mit der spiel ist das gut 22 der wassatz wird dann war hoch macht man für sind oben und ich fürs ich habe auf der finnisch geschossen gute runde Bis zum nächsten Mal.